Die Märkte am Nachmittag. Was geht ab? Wohin soll die Reise gehen? Wir schauen es uns mal an und starten gleich mit dem DAX. Ganz kurz zum Eingewöhnen wieder. Wo waren wir gestern stehen geblieben? Wir hatten gesagt, dass die Abwärtsseite alles andere als impulsiv aussieht wegen dieser Überschneidung. Deshalb ganz gute Chancen eigentlich für die Oberseite. Und hier im Nahkampfchart, gestern sah das noch ungefähr so aus. Und diese Wackelei. Also eher die Voraussetzung für nach oben, dass es so weit geht. Das konnten wir natürlich nicht sehen. Aber dass wir zumindest mal das hier nochmal kriegen. Das ist immer so diese Mindestgröße. Und gerne natürlich, wenn das korrektiv ist, dass natürlich das alte Hoch nochmal überschritten wird. Warum? Naja, weil das halt ja korrektiv ist. Wir brauchen also idealerweise einen neuen Hochpunkt, um von dem aus dann was Neues zu starten. Den haben wir inzwischen bekommen. Ich mache das Ganze nochmal in groß, damit ihr es vielleicht besser sehen könnt. Also das ist alles noch Geschäft von gestern Nachmittag gewesen. Machen wir es nochmal hier so ganz kurz in der Rückblende. Ungefähr so sah das aus. Der Teil korrektiv, der Teil Schub, der Teil korrektiv. Die bessere Erwartungshaltung nach oben. Nicht zwingend jetzt. Das muss man gucken, ob man einen 5-Minuten-Chart handeln will. Aber zur Orientierung, das werden wir gleich für die Amerikaner brauchen, ist dieses Verhalten hervorragend geeignet. So, also wir sind tatsächlich nochmal oben drüber gelaufen. Machen wir mal hier auf den aktuellen Stand. Die jüngste Abwärtsbewegung ist relativ zügig. Wenn wir es nicht genau wissen, gucken wir uns an von da nach da. Hier war eine Gegenbewegung. Dann haben wir hier eine kleinere und hier eine kleinere. Alles überlappungsfrei, wenn es um gleiche Größen geht, mehr oder weniger. Kann man sich noch ein bisschen streiten, wie man das hier jetzt noch auflöst, mit intern und übergeordnet. Aber irgendwie ist die Abwärtsseite die stärkere. Und wir sehen, dass die Aufwärtsseite, überlegt selber mal, wie findet ihr diese Aufwärtsseite? Das heißt, wir sind im 5-Minuten-Chart jetzt. Nichts für die Langfristhändler geeignet ist. Aber für all diejenigen unter euch, die jetzt sagen, was soll ich denn heute Nachmittag nochmal tun? Hast du eine Idee? Naja, meine Idee ist, dass stark abwärts und dass die Aufwärtsseite eher schwache ist. Meine Erwartungshaltung also eher ist, dass es typischerweise nach unten geht. Man kann das nutzen durch kleine Einstiege hier, also letzte hoch, vorletzte hoch, zwischentief hier beispielsweise. Solche Sachen kann man als Einstieg nutzen, wenn man es ein bisschen aggressiver will. Aber zumindest mal haben wir eine Idee für die Richtung, um die es dabei gehen soll. So, gucken wir auf den amerikanischen Markt. Wie sieht es da aus? Haben wir da vielleicht irgendwie was, was wir ebenfalls nutzen können? Auch da ist der Markt nach oben gegangen. Ich muss gestehen, das fand ich gestern nicht so klar. Also man konnte schon sehen, ich glaube, als wir das Video gemacht haben, dass die einen, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie viel Uhr wir das hatten. Also immer, wenn ihr eine starke Richtung seht, solltet ihr nicht zwingend dagegen unterwegs sein. Und bevor wir jetzt über das Gestrige auch da nochmal reden, das war ja nur zum Warmwerden, nehmen wir doch mal das, was wir hier haben. Einfach als Lesebeispiel und je nachdem, wie schnell ihr das Video jetzt guckt nach Erstellung, das ist eine starke Bewegungsrichtung. Super. Was hier jetzt passiert? Keine Ahnung. Ich kann das jetzt, ich könnte jetzt raten, was hier passiert. Aber ich habe eine Idee, wenn das möglichst dreiwellig oder eben schwach aussieht in dieser Richtung, dass dann sich anschließend das nochmal fortsetzt, da das die erste Bewegungswelle war. Warum war das die erste? Denn der Kurs kam von unten. Ihr seht, dass wir hier oben einen Hoch haben. Das ist der Tiefpunkt und die Bewegung kam von unten hoch. Also das ist so diese Wende, die wir hier hatten. Dass wir jetzt dann die Erwartungshaltung haben, dass das, was hier passiert, danach nochmal passiert. Wer jetzt sagt, dann gehe ich doch jetzt schon mal short. Rüdiger sagt ja auch, es geht runter. Vorsichtig. Das erste ist diese Bedingung. Die haben wir. Die zweite Bedingung ist die. Die haben wir noch nicht. Also bitte jetzt nicht schon sagen, oh, dann gehe ich doch jetzt schon mal short. Spare ich mir, bin ich noch günstiger drin? Ja, das wünscht man sich gerne. Aber die zweite Bedingung ist, ich will wirklich sehen, dass das hier schwächer ist. Das kann so aussehen. Das kann auch vielleicht nur A, Moment, A, B, C nachher aussehen. Aber irgendwie sowas in der Richtung. Merkt euch, das Ding sollte ungefähr so in dieser Mitte dieser Bewegung sein. Genau genommen, wer es genau sieht, ich zeichne das immer ein vom, na, da muss ich auch zeichnen hier, vom höchsten zum tiefsten Punkt. Und ich merke mir, in etwa diese Box, da muss er rein. Und wenn ihr sagt, da sind wir doch schon fast. Ja, aber noch nicht korrektiv. Korrektiv wäre mindestens dreiwellig oder vielleicht mehrwellig da reinlaufen. Sollte auch ein bisschen mehr Zeit dann in Anspruch nehmen als das Ganze da. Ja, jetzt mal ein Dinger da nach oben. Also das bräuchte ich. Und dann wäre meine Voraussetzung, wenn dieses tief durchstoßen wird, dass sich das nochmal fortsetzt. Und hier gibt es dann die Chance, vielleicht sogar noch auf mehr. Einfachster Stop wäre dann hier oben drüber. Oder die 78er Marke, die liegt dann hier. Wenn ihr es sehr groß anlegt, wäre auch hier noch eine Stop-Variante. Die wird wesentlich weniger häufig ausgestoppt. Aber ihr seht schon, dann ist das natürlich nicht mehr so ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich nehme sehr gerne diesen engen Stop hier. Also quasi dieses Hoch, dann aber auf der 78er hier. Zeige ich euch ein andermal nochmal, wenn ihr das sehen wollt. Und Target hier. Ich bin so ein typischer Target-Gewinnmitnehmer. Aber ihr könnt natürlich auch sagen, naja, ich ziehe den Stop hinterher. Ihr erinnert euch, zum Beispiel Parabolic oder Supertrend. Wenn der Trend gut läuft, ist der Indikator hervorragend. Schaut es euch an. Läuft der Trend nicht gut, ist er nicht gut. Aber wenn der Trend nicht läuft, brauche ich die Position auch nicht. Ich will ja den starken Trend handeln und nicht irgendwie so einen Wackelpudding-Kurs. Das heißt, ich will nur, wenn er richtig geil unterwegs ist, dann soll er mich am Leben halten. Oder meine Position idealerweise. Dann ist super. Und wenn er aber anfängt hier rum zu zicken, dann nehme ich halt raus. Dann mache ich halt was anderes in der Zeit. An so einer Bewegung habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Auch wenn man nachher sagt, ja, aber wäre ja noch gestiegen. Ja, aber nach welcher Zeit und mit welchem Gedöns hier zwischendurch? Und es besteht ja immer das Risiko, dass er doch dreht. Diese gleiche Logik, die könnt ihr natürlich hier nachher für den Stop dann anwenden, falls ihr das ähnlich seht und entsprechend handeln wollt. Ja, was machen wir, wenn der Kurs jetzt bis dahin noch runterfällt? Kann das nicht sein? Na klar kann das sein. Das weiß ich doch nicht, ob es passiert. Aber auch dann wird der Kurs früher oder später eine Korrektur machen. Wenn diese Korrektur hinreichend groß ist, vom Hochpunkt zum Tiefpunkt gemessen, in diese Kiste rein und ihr erahnt, es ist genau das gleiche in grün. Ja, das, was wir hier haben, ist die Erwartungshaltung. Dann nur mit den geänderten Werten. Also regt euch nicht auf, wenn ihr sagt, aber da hat er nicht gedreht. Ja, dann dreht er halt später. Irgendwann wird euch das auffallen. Und wenn ihr Situationen habt, wo ihr sagt, aber da habe ich es nicht gesehen. Das geht mir auch so. Ja, dann habe ich es nicht gesehen, dann bin ich halt nicht mit dabei. Dann mache ich halt den nächsten Trade. Oder ich wechsle, was ich dann sehr gerne tue in dem Fall, auf entweder eine andere Zeit oder aber auf ein anderes Instrument. Klar, im 5-Minuten-Chart wird es beim S&P jetzt nicht großartig anders aussehen. Also auch hier Schub runter, vielleicht jetzt wackele ich hoch. Deshalb ist es ganz gut, dass ich es euch zeige. Und wenn ihr sich jetzt wünscht, dann macht doch mal einen konkreten Trade. Ja, kann ich ja nicht. Ich muss doch erst sehen, dass der Markt sowas macht. Da das fehlt, brauche ich hier keine konkreten Einstiegsmarken zu nennen. Aber ich glaube, ich habe das jetzt ziemlich deutlich gezeichnet, wie das aussehen müsste, wo ich reingehe, wo meine Zielerwartung ist und wo mein Stop entweder oder sogar hier ist, also die 78er-Marke dazu. Also insofern, das ist jetzt nicht so ein ganz großes Hexenwerk. Und wenn das hier doof aussieht, dann mache ich keinen Trade. Notfalls den ganzen Nachmittag nicht, den ganzen Abend nicht, sondern mache es ja eben auf einer anderen Zeitebene. Also das geht auf allen möglichen Zeitebenen. Ich bin typischerweise so sehr viel im 5-Minuten-Chart gar nicht unterwegs. Wir sind typischerweise eher im 4-Stunden-Tagesschart, sowas in der Richtung unterwegs. Manchmal eben auch Stunde, 15 Minuten, manchmal auch 5 Minuten. Aber das ist jetzt für uns nicht mehr so das. Aber wenn ich als privater Händler unterwegs wäre und das kleine Geschäft noch handeln wollte, wäre das durchaus etwas, was ich gerne machen würde und ich auch viele Jahre gemacht habe hier im kleineren Bild. Denn dieses Prinzip lässt sich auf allen möglichen Zeitebenen übertragen. Also wenn ihr jetzt sagt, geiles Ding, aber bitte nicht auf 5 Minuten, sucht euch euren Lieblingschart, euer Lieblingsinstrument raus, macht die gleiche Analyse, seht ihr eine scharfe, eine korrektive Bewegung, die Fortsetzung entsprechend handeln. Ich hoffe, dass euch das eine Inspiration ist und ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das wird euch eine Lehre sein. Na gut, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, dass es euch hilft, dass es euch inspiriert, nach genau diesen Chartmustern Ausschau zu halten. Denn ich finde sie zumindest mal sehr attraktiv. Sie kommen regelmäßig vor, sie kommen in allen Zeiten, in allen Instrumenten, in allen Marktsituationen grundsätzlich vor. Nicht immer, aber so häufig, dass man sagen kann, das lohnt sich da mal drauf zu gucken. Und es macht Spaß, sie zu finden und dann natürlich auch umzusetzen. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße, bis zur nächsten Trading-Vorstellung von mir oder zum nächsten Beitrag. Macht's gut!